Was ist Alkoholismus? Alkoholismus kann auf verschiedene Arten definiert werden. Gemäß der Definition in der vierten Ausgabe des Handbuchs zur Diagnostik und Statistik von psychischen Störungen, Handbuch zur Diagnostik und Statistik IV, ist es durch mindestens drei der folgenden Symptome gekennzeichnet, die ein Jahr oder länger anhalten. Es gibt einige Diskussionen darüber, ob Alkoholismus technisch eine Krankheit oder eine Alkoholismus Abhängigkeit ist. Auch gibt es zahlreiche Erklärungen zur Ursache. Es ist bekannt, dass einige Alkoholiker eine genetische Anziehungskraft auf dieser Erkrankung haben, aber nicht alle Menschen mit diesen Genen weisen diese auf. Wenn man jedoch viele familiäre Überlieferungen von Alkoholismus feststellt, kann es ratsam sein, keinen Alkohol zu konsumieren. Schon geringe Mengen Alkohol können die Abhängigkeit verstärken. Im Allgemeinen verursacht sucht durch Alkoholismus allmählich Probleme im persönlichen, sozialen und beruflichen Leben des Alkoholikers. In den meisten Fällen können diese Probleme allein dem Alkoholiker nicht helfen, mit dem Trinken aufzuhören, ein sicheres Zeichen für Alkoholismus. Tatsächlich glauben viele wieder gesund werdende Alkoholiker, dass die Mehrheit der Alkoholiker einen extremen Tiefpunkt erreichen muss, bevor sie sich zur Nüchternheit verpflichten können. Darüber hinaus ist übermäßiges Trinken im Wesentlichen eine Vergiftung des Körpers. Alkoholiker riskieren das Zerstören ihrer Nieren, ihrer Leber und zahlreicher Bestandteile von Herzkrankheiten, wenn sie weiterhin trinken. Alkoholismus ist nach wie vor ein großes Gesundheitsproblem in den USA, wo Schätzungen zufolge jährlich 170 Milliarden US-Dollar, USD, für damit zusammenhängende Gesundheitsprobleme ausgegeben werden. Es gibt auch den Kollateralschaden des Verhaltens des Alkoholikers. Ein betrunkener Fahrer, eine alkoholabhängige schwangere Frau oder ein Ehepartner, der aufgrund von Alkoholmissbrauch missbraucht wird, riskieren, nicht nur sich selbst, sondern auch andere zu zerstören. Es gibt viele verschiedene Behandlungsmethoden für Alkoholismus, und einige sind erfolgreicher als andere. In letzter Zeit haben es einige Alkoholiker vorgezogen, an modifizierten Trinkprogrammen teilzunehmen. Diese Programme sind jedoch erst vor kurzem in Betrieb und sind wahrscheinlich nicht ganz so effektiv wie vollständige Abstinenz. Die Theorie hinter ihrem für viele fehlenden Erfolg ist, dass jedes Getränk das Urteilsvermögen mindert, wodurch es wahrscheinlicher wird, dass der Alkoholiker zuvor festgelegte Grenzen überschreitet. Programme wie Alkoholische Anonymous, A, waren für viele erfolgreich, aber A hat Nachteile. Insbesondere waren einige Alkoholiker der Ansicht, dass die Einnahme von Psychopharmaka als Betrug angesehen wird. Einige A-Programme werden jetzt als Doppeldiagnose-Programme bezeichnet. Sie befassen sich gleichzeitig mit dem Alkoholismus und anderen psychischen Erkrankungen der Person. Diese haben sich bei Alkoholikern oft als wirksam erwiesen, um symptomisch werwiegender psychischer Erkrankungen zu verbergen. Andere verwenden eine Kombination aus psychologischer und medikamentöser Therapie. Bestimmte Medikamente erzeugen eine Abneigung gegen Alkohol oder blockieren die Lust des Körpers, Hormonreaktion auf Alkohol freizusetzen. Letztere kann im Laufe der Zeit dazu beitragen, dass der Trinker aufhört, weil es keine mentalen Belohnungen für das weitere Trinken gibt. Ersteres kann einem helfen, mit dem Trinken aufzuhören, weil sie extrem krank werden, wenn man trinkt. Diese Medikamente können jedoch physisch gefährlich sein, wenn der Alkoholiker weiter trinkt. Unabhängig davon, mit welchem Programm der Alkoholismus beendet wird, sind alle echten Alkoholiker bei der ersten Einstellung des Alkohols einem extremen Gesundheitsrisiko ausgesetzt. Schwere Alkoholiker leiden unter Deliumtremens, das am ersten Tag bis zu mehreren Tagen nach Beendigung des Trinkens lebensbedrohliche Krämpfe hervorrufen kann. Daher sollte das Aufhören mit dem Trinken unter der Anleitung von Ärzten erfolgen, die dabei helfen können, eine medikamentöse Therapie durchzuführen, die Krämpfe verhindert.